Gauk warnt vor den Sirenen-Gesängen von Populisten. So titelte die FAZ ihre Schlagzeile in der Samstagsausgabe vom 2. September dieses Jahres. Sie, lieber Herr Gauk, melden sich in Büchern und Reden auch nach dem Ende ihrer Amtszeit immer wieder prominent und dezidiert zu Wort. Aber zunächst die ganz allgemeine Frage, Herr Gauk, was treibt Sie an? Ich gehe davon aus, dass Menschen gelegentlich was lernen wollen und manchmal auch aus Fehlern. Manchmal mögen sie das, was gelungen ist, vergessen haben und dann muss man sie daran erinnern, dass sie es schon geschafft haben. Wenn Sie so wollen, möchte ich von Menschen umgeben sein, die ein Leben lang denken, sie können was dazulernen und dazu möchte ich auch gehören. Und bei der Arbeit zum Beispiel an diesem Buch habe ich selber auch was dazugelernt. Zum Beispiel über die Ukraine, was ich nicht wusste und an manchen anderen Stellen auch und das werden Sie heute Abend mitbekommen. Sehr schön. Das treibt mich so. Darauf freuen wir uns. Ich will nicht einfach immer nur abwarten, sondern ich habe auch Lebenserfahrungen, überraschende Wendungen. Ich bin ein Mensch, der ans Gelingen glaubt. Das tun nicht alle in Deutschland. Viele, auch viele intelligente Menschen pflegen eine Unkultur des Verdrusses. Das gilt für viele als Ausweis von Intelligenz. Und man kann nicht nur wenig mit anfangen. Also, so ist das. Kommen wir doch jetzt zu 2014. 2014 erobern Putins Männer plötzlich die Krim. Und wir in Deutschland und in Westeuropa versagen. Es gibt ein paar lauwarme Statements. Sie waren damals Bundespräsident, Herr Bundespräsident, nämlich 2012 ins Amt gekommen. Wie war denn Ihre Reaktion? Haben Sie überlegt, ein deutliches Wort gegen Putin, gegen diesen Neoimperialisten, der sich jetzt die Krim wieder unter seine Fittiche holt, das Wort zu ergreifen? Ja, selbstverständlich habe ich das getan. Und ich habe es insbesondere getan am 1. September 2014 auf der Westerplatte, als ich eingeladen war vom Staatspräsidenten Polens, um an den Beginn des Nazi-Überfalls auf Polen zu erinnern. Ich stand dort und habe gesagt, dass man ernst nehmen muss, wenn Aggressoren sich Land einverleiben, das ihnen nicht gehört. Wenn man das einfach duldend hinnimmt, dann wird man den Appetit noch vergrößern. Daraufhin haben fortschrittliche Journalisten und Politiker davon gesprochen, ich sei ein unbedachter Präsident. Und ich sollte doch lieber das, was uns mit Russland verbindet, in den Vordergrund stellen und insbesondere die deutsche Schuld. Ich stand aber in Polen und wollte an die deutsche Schuld gegenüber Polen erinnern. Hätte ich da die Sowjetunion und in ihr Wirken gegen Nazi-Deutschland mit einbesatt, was hätten mich wohl die Polen gefragt? Hätten Sie mich vielleicht erinnert an den Hitler-Stalin-Pakt, der sehr günstig war für Hitler und für die Russen, weil sie sich geeinigt hatten, zwei Verbrecher der polnischen Nation ihr Lebensrecht zu nehmen. Das hatte Polen schon sehr oft erlebt in der Geschichte. Aber nach den Vorstellungen einiger Ostpolitiker und derer, die gewöhnt waren an Nachgiebigkeit gegenüber Russland, hatte ich einen Fehler begangen. Heute allerdings, 2023, gibt es ja nun doch ein mehrheitliches Bekenntnis zur Notwendigkeit einer militärischen Verteidigung. Sätze, wie wir sie alle kennen, nie wieder Krieg, Frieden schaffen ohne Waffen oder Machtschwerter zu Flugscharen, waren allerdings jahrzehntelang in unserem und auch in ihrem Land, in der Bundesrepublik wie in der DDR, geradezu ein Gebot für den aufrechten Deutschen. Wie steht denn der Theologe, der ehemalige Pfarrer Joachim Gauck dazu, dass jetzt wieder er, Ciceros, wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor, im Vordergrund steht, als gerade macht Schwerter zu Flugscharen. Ist das ein Problem für Sie? Das war sicher ein Problem. Also wenn du selber mit deinem Jugendlichen, ich war auch neben Gemeindepfarrer, Stadtjugendpastor in Rostock, wenn du Teil dieser Bewegung warst, Schwerter zu Flugscharen, was bei uns allerdings eher ein taktischer Pazifismus war, muss ich zugeben, wenn du dann umdenken musst. Und du kommst aber dazu durch das Ernstnehmen der wirklichen Wirklichkeit. Durch das Ernstnehmen, dass das Böse nicht nur ein philosophischer Begriff ist oder gar ein theologischer, sondern dass das Böse ganz real existiert. Im politischen Handeln, im Töten und im Wegnehmen von Rechten, die eigentlich jedem zustehen. Und wenn du diese Lebenswirklichkeit geraubter Rechte, weggenommener Freiheit und einschließlich des Rechtes, die anderen zu töten, wenn du das siehst, dann kommst du darauf, darüber nachzusinnen, ob Pazifismus die geeignete Antwort ist, um dem Guten zu dienen und dem überfallenen Opfer beizustehen. Ich bin immer bereit, jedem, der sich persönlich entscheidet, gegenüber einem Bösen nach dem Schlag auf die linke Wange auch die rechte hinzuhalten. Ich finde das großartig, dass Menschen so stark sein können, auf Gegenwehr zu verzichten. Verantwortliche Politiker dürfen das nicht. Sie dürfen nicht die Hingabe anderer fordern, wenn es um Lebensrecht, Gesundheit, Leben, Würde geht, sondern sie dürfen sich verteidigen. Das ist eine alte Norm des Völkerrechts. Und unser Rechtsdenken ist darauf ausgelegt, dass wir den Verbrecher nicht gewähren lassen, sondern bestrafen. In den 90er Jahren gab es eine NATO-Russland-Akte, da gab es eine Verständigung. Aber Putin hat darauf keinen Wert gelegt. Er hat übrigens damals nie davon gesprochen, dass die NATO ihn einkreist. Das ist eine Erfindung der letzten zehn oder zwölf Jahre. Vorher, noch 99, sagt er, die NATO, das ist gar keine Bedrohung, sagt er der BBC. Ich schreibe das in dem Buch, um die Deutschen daran zu erinnern, die so ein bisschen Mitgefühl haben für Putin, dass die NATO ihn einkreist. Das ist keine Gefährdung für ihn. Eine Gefährdung ist das, was auf dem Maidan, dem Hauptplatz von Kiew, passiert ist. Dass Menschen aufstanden und eine korrupte Regierung verjagt haben. Das ist eine Bedrohung für ihn. Und das ist der Grund, warum er dieses Land erobern will. Die Ukrainer aber brauchten ebenso wenig wie die Leipziger und Rostocker die Amerikaner, um Freiheit zu lieben und die Demokratie zu wollen. Das kann man auch von selbst als Unterdrückter. Also ich bitte Sie. Und wie kommen wir eigentlich dahin, so zu tun, als würde diesem armen Putin da ein Unrecht geschehen? Ich weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht ist es auch die Furcht darüber, dass einer, der mal sehr brutal in Deutschland gewütet hat, wieder über uns käme. Und von daher ist es so wichtig, dass wir eine starke NATO haben und dass wir dem Gegenüber zeigen, du gehst ein ganz großes Risiko ein. Und es ist völkerrechtlich nicht verboten, dass wir einem überfallenen Opfer Waffen liefern, um sich zu verteidigen. Das dürfen wir. Das ist kein Überschreiten einer Grenze. Und deshalb plädiere ich dafür, den Ukrainern so zu helfen, dass sie sich wirklich verteidigen können und dass nicht ein Siegfrieden nachher passiert, wo Friedhofsruhe ist, aber Freiheit und Demokratie dahin sind. Und so viel dazu. Ich möchte auch gerne, dass wir uns hier, wenn wir uns schon treffen, über uns selber unterhalten, über unsere AfD, in unserem Deutschen Bundestag und in den Landtagen. Das gehört einfach dazu, wenn wir uns über Erschütterungen der liberalen Demokratie sprechen. Und im Zusammenhang damit liegt es mir am Herzen, das kommt am Schluss des Buches vor, wie viel an uns, an einer wachen Zivilgesellschaft liegt, dass wir dies, was wir erkennen als Gefährdung der Demokratie, nicht nur mal in einer wissenschaftlichen Abhandlung lesen, sondern dass wir in Bürgerinitiativen vereinen, in Parteien und Gewerkschaften und in unserem Wahlverhalten uns als widerständig zeigen, als bewusste Bürgerinnen und Bürger, die sagen, nö, ich möchte dieses Maß an Freiheit nicht verlieren, ich möchte es erhalten. Ich hatte mir natürlich diesen Bogen jetzt zur AfD auch sehr schön vorgestellt und es gibt ja diese Steilvorlage, was da am Donnerstag in Thüringen passiert ist. Da hat die CDU mit der FDP und mit der AfD zusammen, als Oppositionspartei, diesen gemeinsamen Antrag im Thüringer Landtag eingebracht und hat ihn auch durchgesetzt. Und jetzt müssen wir uns doch als Demokraten fragen, ist dieses gemeinsame Abstimmen mit der AfD ein Anschlag auf die Demokratie? Oder hat die Union recht, wenn sie sagt, zur Demokratie gehört die Möglichkeit der Opposition? Und wenn als Oppositionspartei auch die AfD und die FDP dieser Opposition zustimmen, diesem neuen Gesetzesantrag, ja, dann muss man ihn auch einbringen. Man darf dann nicht die Angst haben, es nicht zu tun, nur weil die AfD mitmacht. Ja, der Meinungsstreit tobt und ich bin da weniger entschlossen, als sie sich das wünschen. Aber, vermute ich mal. Aber und zwar aus folgendem Grunde. Was wir nicht wollen, ist, dass die eine Gestaltungsmacht bekommen, die ihnen nicht zusteht. Sie sind nicht irgendwie eine führende Partei in keinem unserer Parlamente und da soll ihnen Gestaltungsmacht nicht zugebilligt werden. Dazu sind sie auch zu verdächtig. Dazu ist ihr Demokratieverständnis zu labil, zu löcherig und dazu gibt es zu viele Verdachtsmomente, die den Verfassungsschutz veranlassen, sie hier und dort zu beobachten. Auf der anderen Seite, wenn jetzt kein Gesetz mehr eingebracht wird, nur weil die anderen mitstimmen, dann haben sie auch eine Gestaltungsmacht. Und deshalb ist es so, dass das so einfach jetzt nicht ist. Und dann kommt noch die Problematik hinzu, dass die Union natürlich ein konservatives Profil braucht. Denn sie muss konservative Wähler, die den Konservativen abhanden gekommen sind, zurückgewinnen. Und das wird sie schwerlich mit sozialdemokratischen Themen tun. Und deshalb ist die Union zurzeit in einem Dilemma, wie viele europäische Parteien. Und deshalb bin ich bei diesem konkreten Fall weniger irritiert. Ich sage Ihnen, wann ich irritiert wäre, wenn das der heimliche Beginn einer Freundschaft wäre, ein nettes kleines Arrangement, woraus später tatsächlich Koalitionen folgen werden. Ich halte diese Partei für nicht imstande, mit einer demokratischen Partei gegenwärtig zu koalieren. Dass eines der wichtigsten Motive von AfD-Wählern die Unzufriedenheit mit der Regierung, Protest, aber dann die Sorge vor zunehmender Einwanderung ist. Und einer ihrer Sätze, die bis heute am meisten zitiert werden, 2015 als Bundespräsident. Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich. Und was wir erleben als Bundesbürger ist, dass viele im Land vermissen, dass im Gegensatz auch zu anderen europäischen Ländern diese Endlichkeit, dieses Endlich unserer Möglichkeiten offenbar noch immer nicht die Bundesregierung in voller Stärke erreicht hat. Die Landesregierungen schon, die Kommunalparlamente erst recht, die Städte, die ächzen und stöhnen. Aber wir warten eigentlich auf ein größeres Signal und erleben zur gleichen Zeit, dass die AfD von 18 auf 20, auf 21 Punkte steigt, in Thüringen auf 35. Ja, macht nicht gerade dieses Thema, die Migration, die AfD immer stärker, ohne dass sie irgendetwas dafür zu tun braucht? Ja, während wir uns hier versammelt haben, ist im ZDF der Bericht aus Berlin gelaufen, wo ich neben anderen darüber spreche und sage, wahrscheinlich geht es nicht einfach so, dass wir ein paar Stellschrauben, wie es Europa jetzt macht, ein bisschen bewegen, in der Erwartung, dass es eine Quotenregelung gibt, dass es eine allgemein anerkannte europäische Solidarität gibt, sondern es muss etwas Drastischeres her und Sigmar Gabriel und andere haben sich dazu kürzlich geäußert. Was mich aber mehr bewegt, weil ich möchte ein Land, das mit sich im Reinen ist, wo wir nicht in solcher bitteren Gegnerschaft wie in den USA oder unserem Nachbarland Polen, wo die Milieus sich so konträr gegenüberstehen, dass da gar keine Brückenbauer mehr gibt, da möchte ich nicht hinkommen. Und deshalb habe ich mir schon als Präsident vorgenommen, sprich mit den Oberbürgermeistern, die vor Ort die Probleme lösen müssen, die durch eine sehr starke Zuwanderung entstehen. Meine Mitarbeiter, als ich Bundespräsident war, haben mich natürlich gelehrt, was ich selber auch schon wusste, dass Vielfalt Gewinn ist. Klar, weiß ich. Aber wenn wir guten Demokraten nur über den Gewinn von Vielfalt sprechen, aber nicht über die mitgebrachten Probleme derer, die kommen, über die Zahl derer, die wir unterzubringen haben, über die Zahl derer, die nicht in Arbeit kommen, sondern in die Sozialsysteme, über das Anwachsen von kriminellem Agieren in manchen Milieus. Wenn wir darüber nicht sprechen und nur der Stammtisch spricht darüber oder rechts außen, dann stimmt etwas nicht in der Gesellschaft. Wir haben in Skandinavien seit vielen Jahren, ich bin bisher noch nicht gekommen, über die Gründe zu sprechen, eine sehr starke nationalpopulistische politische Landschaft. In allen skandinavischen Ländern ist das, was bei uns AfD ist, schon früher da gewesen. Und unser Nachbarland Dänemark hat Folgendes gemacht. Die Sozialdemokraten in ihrem Elend und wussten nicht, wie sie wieder an die Regierung kommen sollten und gestaltungsmächtig werden könnten, haben gedacht, was regt unsere Landsleute am meisten auf? Die massive Zuwanderung, wie überall in Skandinavien. Was kann man da tun? Schluss machen, abschotten. Nichts mehr passiert. Die kriegen keine Unterstützung mehr und wir lassen überhaupt keinen mehr rein. Und das haben sie weitgehend mit Parolen durchgesetzt, so ähnlich wie bei uns die AfD. Ich habe damals gedacht, als das anfing mit der Frau, die dann später Ministerpräsidentin wurde, das können doch Sozialdemokraten nicht machen. Aber sie haben es gemacht. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass das keine bösen, wütenden Reaktionäre sind, sondern dass ihnen eins total wichtig war. Um gestalten zu können, musst du an der Macht sein. Um an die Macht zu kommen, musst du Mehrheiten erlangen. Wenn du Mehrheiten erlangen willst, darfst du nicht an weiten Teilen der Bevölkerung vorbeiregieren. Und deshalb sind sie diesen bitteren Weg gegangen, der für viele humanistisch und christlich denkende Menschen ein Problem war. Und wissen wir, was passiert ist? Die Nationalpopulisten dort sind von einer dominanten Rolle von über 20 Prozent auf 2,9 Prozent abgesunken und die da niederliegenden Sozialdemokraten haben die Wahlen gewonnen. Und es gibt eine sozialdemokratische Ministerpräsidentin. Also das ist jetzt in der Tat sehr drastisch. Das würde ja bedeuten, wenn die SPD Positionen der AfD übernimmt, geht die AfD auf 2,5 Prozent runter und die SPD kommt wieder auf 40 Prozent. Ja, so einfach wird es nicht sein, weil es ein Bedürfnis sehr vieler Menschen in diesem Land gibt, in einem offenen und liberalen Land zu leben. Dann nehmen wir das jetzt erst einmal so an und so wahr, dass also unsere Regierungsparteien überhaupt dieses Migrationsproblem noch sehr viel stärker diskutieren müssen, um zu einer Lösung zu kommen und wir nicht das Gefühl haben, das wird ausgeblendet und dann kommen viele Menschen aus dem Protest zur AfD. Sondern sie sehen, es wird ernst genommen, wahrgenommen, es ist das große Thema der Republik. Das ist zum Beispiel, wenn Sie das Kommunikationsproblem ansprechen, ist so, selbst wenn Sie jetzt nicht die Ideallösung präsentieren können, so ist es doch etwas anderes, ob über das, was wir noch nicht gestalten können, aus diesen und jenen Gründen geschwiegen wird oder ob darüber mit uns gesprochen wird. Und wenn mit uns nicht gesprochen wird, entsteht dieses Misstrauen. Und wenn Misstrauen entsteht, schwindet Vertrauen. Und ohne Vertrauen ist die offene Gesellschaft und die Demokratie nicht zu halten. Sondern wir brauchen jedenfalls bei den relevanten Gruppen der Bevölkerung ein Vertrauen, das darauf begründet ist, dass die da oben, die wir gewählt haben, tatsächlich uns rechenschaftspflichtig sind und sagen, was sie vorhaben. Und deshalb auch zu erkennen geben, wo es Veränderung gibt. Aber die Familie der tradierten, konservativen Parteien in Europa muss sich eben mühen, diese Menschen, die unter diesem moderne Wandel abgedriftet sind, die zurückzugewinnen. Und deshalb brauchen die ein konservatives Gegenprogramm. Sie brauchen nicht ein Programm, was die Linken befriedigt, sondern sie brauchen ein Programm, um diese Wähler zurückzuholen. Und vor allen Dingen brauchen diese Wähler nicht die kollektive Bezeichnung als Nazis oder Faschisten, weil sie Höcke wählen. Die Nazis und andere Typen, die gibt es auch. Die gibt es übrigens in jedem Land. Und die werden wir bekämpfen und wo nötig einsperren. Und wir werden sie verbieten, wenn das irgend nötig ist. Aber eine Vielzahl der Wählerinnen und Wähler würde sich beleidigt fühlen, wenn man sie dort einsortiert. Und mit Beleidigung gewinnen wir sie nicht. Deshalb brauchen wir für jede dieser Gruppen eine adäquate politische Antwort. Und mein Bemühen in diesem Buch besteht darin, zu zeigen, ich möchte nicht in einer illiberalen Demokratie landen. Ich möchte eine substanzielle Auseinandersetzung mit den Rechtsaußenparteien neben den tradierten konservativen Parteien. Aber ich möchte nicht so tun, als würde ich sie mit der Benennung Nazi schon genügend bekämpft haben. Nee, da ist mehr Arbeit erforderlich. Aber daraus entnehme ich doch sehr stark, dass es ein Plädoyer von Ihrer Seite gibt für eine konservative Partei, für eine konservative Politik, im besten Sinne des Wortes, die Sie in dieser Weise zurzeit in Deutschland vermissen. Eine konservative Heimat für diese 33 Prozent, die Sie eben angesprochen haben. Die vermisse ich nicht nur in Deutschland, sondern die vermisse ich in fast allen Ländern Europas, weil die Konservativen in einer Bedrohung sind. Sie wollen ja auch modern sein. Sie wollen ja nicht jeden Wandel verhindern, sondern sie gehen kulturellen Wandel mit, technologischen Wandel mit und sie gehen mit in die Moderne. Aber was Sie eben brauchen, ist eine Rhetorik oder auch inhaltliche Angebote, die den Verunsicherten beschreibt, du bist nicht fremd dort, wo du wohnst. Und du musst auch keine Angst haben, dass durch die Politik, die wir machen, deine Lebensgefühle im Grunde missachtet werden, sondern wir schaffen mit dir einen Raum, in dem du mit deinen konservativen Werten zu Hause bist. Und das ist für die Union jetzt und für andere konservativen Parteien in Europa eine Aufgabe, diese Leute zurückzugewinnen. So wie es für die SPD damals eine Aufgabe war, die Linksabweichler irgendwie zurückzugewinnen und Angebote zu machen, zu sagen, links außen, da ist eher Zweifel angesagt. Aber sie hatten dieses Problem. Und deshalb ist auch unsere Parteienstruktur nie völlig fix, die ist auch, die wandelt sich auch und dieses Maß an Veränderung muss das Vermögen der Menschen nicht übersteigen. Und dann hauen sie ab. Aber wir haben jetzt lange genug darüber gesprochen. Sie haben gemerkt, ich mag die nicht, aber wir müssen anders über sie sprechen, als nur sagen, ihr seid Faschist. Vielen Dank.